Wer in der Gastronomie zu Hause ist, der kennt das. Alle Freunde sind am Freitag und am Samstag im Ausgang am Feiern. Sie aber müssen im Betrieb bügeln. Das Hiltl in Zürich hat die Ungerechtigkeit erkannt und Abhilfe geschaffen. Immer am Sonntag findet die sogenannte Gastroparty statt. Was es mit dieser Party genau auf sich hat und was ihnen dort alles geboten wird, das erzählt uns der Klubleiter Raphael Reibke. Manueli Gamma hat ein ausführliches Interview mit ihm geführt. Raphael Reibke, ihr veranstaltet hier im Hiltl neu die Gastroparty. Warum eine Party für die Gastronomen? Als erstes, weil wir selber Gastronomen sind. Und er denkt, Gastronomen könnten auch etwas von Gastronomen machen. Wir wissen, wie es ist, wenn man am Wochenende arbeiten muss und selber nicht dazu kommt, um zu gehen oder auch mal wieder in die Stadt mit Kollegen etwas zu trinken. Weil die meisten dann eben arbeiten, wenn wir frei haben oder umgekehrt. Darum, am Montag haben sie meistens frei. Und wir machen gerne noch bis am Sonntag weiter und bieten ihnen das auch. Dann können die Gastronomen auch Sonntagabend bei euch Party machen. Und wie ist das angekommen bis jetzt? Findet ihr das Anklang? Das findet Anklang. Die Gastroparty gibt es auch schon ein bisschen länger. Wir schneiden sie nur zuschneiden oder wirklich auf Gastronomen aus. Das heisst, dass man nicht Gastronomen muss sein, um überhaupt in den Club hineinzukommen. Aber es gibt Vorteile für Gastronomen. So soll es auch sein. Welche Vorteile sind das? Mit einem Memberschlüssel bei uns kann man eine Begleitperson mitnehmen. Man zahlt keinen Eintritt. Man hat vergünstigte Lernstkonditionen. Man kann ein Welcome Trinken gegennehmen. Und der Ritschi, unser Barchef, begleitet einen durch den Abend. Jetzt sind Gastronomen auch Profis in dem Segment, in dem ihr ein Angebot macht. Was bietet ihr, um ein professionelles, eventuell auch verwöntes Publikum, damit dann etwas geboten wird? Wie gesagt, der Ritschat ist unser Barchef. Er kümmert sich ein bisschen um die Gastronomen, weil er selber auch Profi ist. Er kennt sich mit Cocktails gut aus, mit Trinken, die ein bisschen aussergewöhnlich sind, die man vielleicht nicht so bestellt und im Gastronomen bestellt, weil er weiss, was er will. Man hat viele, viele Möglichkeiten bei den Loungen. Da sind sie eigentlich ein bisschen anspruchsvoll. Das ist auch richtig so. Und wir versuchen mit Happli, die wir auch im Hilter natürlich bestens bedient sind, unsere Gastronomen auch kulinarisch zufriedenzustellen. Und auch natürlich mit der Musik im Open Format zu bleiben und nicht eine spezielle Richtung zu gehen, dass es für alle etwas hat. Jetzt haben Sie 20 Jahre Erfahrung im Nachtleben. Wie würden Sie diese Partys mit diesen Gastronomen beschreiben? Es ist eine meiner Lieblingspartys, weil man ist untereinander. Es sind Leute, die Verständnis haben. Es sind Leute, die das Nachtbusiness kennen. Und die können sich alle als Community bei uns treffen. Und das gibt ganz besondere Stimmung und Ambience. Und die schätze ich natürlich als Gastronom auch. Das muss man sagen. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg und vielen Dank für das Interview. Ich danke euch. Merci vielmals.